Ich meine, Kenny ist broken, auf jeden Fall. Der ist kaputt momentan, also. Er hat halt so viel durchgemacht, seit Season 1 ja schon, ne? So viel hat er da durchgemacht. Frau verloren, Sohne verloren, Lee verloren, fast gestorben von Beisern, jetzt in der zweite Frau verloren. Sohne, wo die Baby wird sicher sein? Es kommt so viel schneller als ich dachte. Ich habe gesagt, du hast dich alle gearbeitet über nichts. Da ist ein Raum da, da könnte es gut sein, wenn Rebecca hat die Baby. Jane versucht es zu öffnen. Sohne gut. As soon as Mike und Bonnie sind zurück, wir gehen. Hey, Clem. Glad you made it back safe. How are you feeling? Scared. And it hurts. I wish Alvin was here. Alvin would be really proud of you right now. You think so? I hope you're right. I know it's a waste of time, but I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. How am I ever going to do this without him? We'll all help you keep the baby safe. Oh, yeah? You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Ah. Oh, shit. I got this. We ain't seen Mike or Bonnie in a while. And I'm not saying I don't trust him. But I'd appreciate it if you went and checked up on him. Yeah, going ahead. I'll be fine. Ich mag Rebecca immer noch nicht. Irgendwie. Also, trotz allem so, mag ich sie halt einfach nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. How are you feeling, Rebecca? Einen schlechten Eindruck mit dir lassen. But I didn't think it would hurt like this. Na ja, also. Das Gründen. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Forsaken heißt gesunken oder so, ne? Oder ver- Ne, was heißt forsaken nochmal? Niemal, also. Gefallen. Oder halt. Verloren. So. Aber niemals. Aufgegeben? Ne, das ist surrender. Oder heißt forsaken auch aufgegeben. Was ist forsaken? Gefallen, aber niemals. Verloren. Hey, Sarah. You know, Rebecca's starting to... You were going to leave me. Weren't they? Of course not. Luke tried really hard to get you to come with him. How come you didn't leave me? Because we're friends. I could never be that good of a friend. I just want my dad. I know. I know. I know. When he... When he gets here, we should all go back to the cabin. We're safe there. Sarah. Sarah. Your dad. You know he isn't coming, right? Sarah? Hey, I think that's all she can take for now. She'll be alright. Hey Sarah. Oh, ich mag Sarah auch nicht mehr. Also am Anfang war sie ganz cool. So, aber jetzt... Ne. I hope one of these buildings is safer than out here. I wonder if Mike and Bonnie have found anything at the museum. Observation Deck. This looks like where we are right now. Doch, hier auf der anderen Seite noch irgendwie was gesehen, oder nicht? Aber das kann ich nicht anklicken. Oh Manu. Puh. So, ich bin jetzt erst mal wieder recht. Viel Spaß noch. Alles klar, Bjarne. Dir auch viel Spaß. Ich hoffe, du hast gespaßt an dem Stream auch. Die Episode ist eh bald vorbei, schätzungsweise. Dürfen jetzt bald anderthalb Stunden sein, ne? Okay. Lass uns nachgucken, wie es den beiden geht. History Lesson. Achievement. Ich will wissen, was mit Christa ist übrigens noch, ne? Sie ist einfach weg, so? Will die gar nicht mehr da sein? Kommt ihr nochmal wieder? Wer noch mal auftritt? Ich mag Mike. Ich mag voll viele Charakteren. Charaktere eigentlich hier. Also relativ viele. Luke ist cool. Mike ist cool. Kenny natürlich. Jane. Everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I blame you if you did. I haven't always used the best judgment. It seems like you're with us now. That's what matters most. Clem found a jacket. That's great, but isn't Gray the, you know, uh... We can't put Rebecca in a confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Guess it's better than nothing, though. There are sure been some animals through here. We would have loved this place. Watch where you step. Do you see anything good? Not so far, but let's give the place a good going over. Find anything yet? Not really. Okay, wo gehen wir weiter? Hier ist halt nichts. Ich kann nicht mal Mike sprechen, okay. No, not so much. Unless you want some broken glass. Doch. So brokenes glass is immer gut. Souvenir, huh? Looking for a keychain with your name on it? No. Why would I want a keychain? I don't even have any keys. Ah, good point. Sie versucht doch nur, eine Konversation zu führen, Clem. I tell you, I sure don't like being near a graveyard with the world the way it is now. War zu erwarten, irgendwie, ne? Yeah, true enough. Hallo, guck an. Geh nicht. Jetzt, okay. Ich konnte gerade nicht raufklicken. Hm, voll gemoing. Ich nehme sie trotzdem mit. Also, dass er nicht auf die Idee gekommen ist, das einfach hochzumachen, so, ne? Die Kiste runterzunehmen und das versuchen, hochzumachen, also. Jetzt mal im Ernte. Wuuu, wuu, wuuu. Wee, wuuu. Immer Clem Michael carry those things out might be a bit heavy for you I'm stuck, okay, maybe I push from Shit was so klar Get it Well, that happened Jesus, Mary and Joseph Thanks, Mike Yeah, no problem I'm so sorry about that, Clementine We should have been more careful At least now we got something to bring back Let's get this water Es gibt noch einen Raum What? Es geht nicht Yo, er nimmt einfach zwei, weißt du Was ist mit ihm los? Weißt du, Clem kriegt das nicht mal so ein bisschen angehoben Oh, der Was? Alles klar She's not looking too good Hey, guys Come on Stick close Oh I'd eat the shit out of that raccoon Not like I mean Just that I'd be really happy to eat that raccoon I'm starving Fresh meat would go a long way with Rebecca Yeah Alles klar Aua, ups Äh, da hin I think it went over there Over here Wenn man hier guckt Oh, oh, shit Shoot Dying it Nein Nicht schießen Not with the walkers out there Danke Oh I'm even hungry than I was before How'd I get to a place where I'm sad I'm not eating raccoon Well, at least it was kind of fun Yeah Huh I guess it was Come on Let's just get this back to Rebecca and the others We don't have much time to waste You're telling me your arms ain't tired? Nope I could do this all day No 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 Stop Stop Oh, God Breathe like I told you Okay, okay Okay, okay Oh, God Oh, God Fuck Oh, no Fuck Oh, no Oh, no Oh, no Clem Clementine Shit Walkers How did they get that close without anyone seeing them? That was Luke Kenny We've got to do something You just keep that baby safe Kenny We can't stay here Clementine Where's the place you and Jane found? I'll show you Good Someone help me up Oh, God There's so many Mike Help Kenny On it Sarah Get going Can I do it? No Would you call it? He'll be right I will Janeiro Go out When I do 45 4 Week ад альным v